Die Pflege bietet mir ein spannendes Berufsfeld. Mir gefällt ganz besonders der Kontakt mit den Menschen. Deshalb habe ich mich für die Ausbildung in der Pflege entschieden. In den Pflegeberufen kann man schnell Karriere machen. Ich bin in wenigen Jahren schon ein gutes Stück vorangekommen. Ich habe mich für einen Pflegeberuf entschieden, weil mich das vielfältige Aufgabenbild dreht. Ich habe schon früh in der Pflege eine leitende Funktion erreicht und übernehme gerne die Verantwortung für unsere Mitarbeiter, für die Pflegekunden und auch für deren Angehörige. Die Tätigkeit in der Pflege ermöglicht es mir, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Hey Musik